Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum. Unsere Geschichte beginnt im Wald, unweit des kleinen und wohlbekannten Dorfes. Komm, Obelix, wir nutzen den schönen Tag aus und gehen auf Wildschweinjagd. Oh ja, Asterix, Idefix könnte auch ein bisschen Bewegung gebrauchen. Was, Idefix? The year is 50 BC. Gaul is entirely occupied by the Romans. Well, not entirely. One small village of indomitable Gauls still holds out against the invaders. And life is not easy for the Roman legionaries who garrison the fortified camps of Totorum, Aquarium, Laudanum and Compendium. Our story begins in the forest, not far from the small village we know so well. Let's take advantage of this lovely day to go hunt some boars, Obelix. Oh yes, goody, goody, goody. Dogmatics is up for a walk too. Her Dogmatics. We are in 50 BC. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de legionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt, non loin du petit village que nous connaissons bien. Profitons de cette belle journée pour aller à la chasse aux sangliers, Obelix. Oh oui, chic, chic, chic. Idéfix aussi est partant pour une balade. Idéfix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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